Die Primär-A-Division 1928-29 war die erste Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 10. Februar 1929 und endete am 23. Juni 1929. Vor der Saison 1926 wurde in Spanien der Profifußball eingeführt. Zur Saison 1928-29 wurde eine einheitliche nationale Liga, die Primär-A-Division, gegründet, in der zehn Vereine den ersten Ligatitel ausspielten. Abschlusstabelle Legende Relegation nach der Saison 1. FC Barcelona Meister Absteiger in die Segunda-Division Absteiger gab es keine Aufsteiger in die Primär-A-Division Aufsteiger gab es keine Pichichi-Trophäe Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben. Laut Angaben in Mundo Deportivo aus dem Jahr 1969 war dagegen La Fuente mit 14 Treffern Torschützenkönig dieser Saison. Die Meistermannschaft des FC Barcelona Untertitelung des Zumbaardocles